Ähm, Jürgen Fitzgerald. Den zweiten Platz haben wir heute den Tag verlegt. Nach zwei? Jason. Steve. Der einzigste, der einzigste Entschuldigung kommt. Und im ersten Platz wirklich eine brutalen Überraschung. Der heutige Oberwarnstellung. Und weiter bei Jürgen Fitzgerald auf erster Platz Kacke Kort. Jürgen Fitzgerald. Wer macht dich kurz und nicht mehr? Ja, was ist das Drehort? Ey, eh, den kann ich auch wieder essen. Jürgen Fitzgerald, ich kann eigentlich nicht mehr wissen. Jürgen Fitzgerald.